Aber ich trinke einen Schluck Wasser auf dich Okay, nice Auf dich Hey, wir machen normal nicht reinziehen Ach echt, Andi Dann ist der Andi Oh, das soll ich Braunbär sagen Echt ärgern Ist in die Cafeteria jetzt schon zu Das war ein bisschen dumm, oder? Hinter der Tür, wer war alles in der Tür? Also ich hab Ich war gerade am rausgegangen Ich war gerade am rausgegangen Ich war dabei, aber ich hab rausgerannt Flo war nicht bei uns, da war hinter der Tür Flo war auch auf dem Stack Ja, Flo steht auf dem Stack Ach so Warum seid ihr auch heute auf dem Stack gestanden? Ja, ich hab da mein Leben gechillt Ja, ich hab links, rechts, rechts, rechts Die ganze Zeit gelaufen Ach, richtig am Rhyme, Alter Oder die Dance Moose Und dann Es sind halt gefühlt alle da gestanden Außer Andi Andi war auch da Nein, ich war nicht da Ich war nicht in etwa Er war in der Tür Ich 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 musste Müll entleeren Irgendeiner stand weiter oben Ich war an der Tür oben Ist ja anders eigentlich schon mal safe, oder? Ja, stimmt Das ist Ich habe auch Ich habe auch Irgendjemand Kann irgendjemand Kann irgendjemand Ja, ich sage das einfach nur so was Doch, also ich glaube schon Weil er als erstes zu Edmund Ich habe auch gedacht, der war hinter der Tür gewesen, Flo Weil er macht auch immer als erstes bei, ähm, bei Karl zweitens Deckel Ja, das stimmt auch wieder Ach, das war ein Edmund, wo ich gestorben bin Also keine Ahnung Meistens Eis gibt es rot Keine Ahnung Keine Ahnung Doch, der Flo weiß es Keine Ahnung Keine Ahnung gibt es nicht Andi Ja Wir haben dich gebotet Achso Weil du leid warst Fabian ist komisch Ich habe gar nichts gewollt Ja, weil du mich so komplett Äh, wer da war Ich darf dann auch Tod sehen Ich darf dann auch Ich habe euch alle Tod sehen So ist es nicht Sorry Sie wollen mich in Handschellen sehen Wild, alter Wild Oh Es ist verschickt Es ist verschickt zu spielen Als Andi Oh Mann Ich könnte jetzt einfach ein Meeting callen Und dann muss Andi sich rechtfertigen Oh nein, die Türen sind schon wieder zu Sag, er schallt Fliegt Andi mir jetzt als Geistchen daher Dass er weiß, was er nachher sagen muss Eigentlich keine schlechte Taktik Viel Spaß Ich habe James gefunden Oh, so Überhalb von Lower Engine Okay, er ist mir hinterher geflogen, glaube ich Okay Also ich war ganz am Ende mit Moritz In Navigation Hä? Warst du gar nicht? Doch, war ich Dann hast du mich wahrscheinlich nicht gesehen Ich bin gerade von Letty reingekommen Im Poster-Vision Ähm, ich kann euch Aufgaben sagen Ich war in Admin Habe Cardsweb gemacht Ich glaube, da habe ich Moritz gesehen Also Er ist bei Storage gewesen In der Nähe Runtergelaufen Dann war ich Cafeteria Dann war ich Storage Fixing Wires Electrical Und dann bin ich zu Lower Engine Richtung Upper Engine Hab dann da der James Hä, aber warum haben wir uns bei Storage Electrical Und so nicht gesehen? Weil ich Ich habe Ich war zuerst Upper Engine Du bist durchgelaufen, oder? Ich war Upper Engine Dann war ich Lower Engine Dann war ich Electrical Dann war ich in Storage Dann war ich in Admin Und dann bin ich in Navigation Ich habe dich auf jeden Fall einmal in Storage gesehen Ich nicht Also ich habe Janis zuletzt in Medbay gesehen Und danach bin ich eigentlich auf die rechte Seite Und Moritz habe ich dann in Navigation gesehen Oh, Jungs, Alter Ich habe wirklich gar keine Ahnung Ich auch nicht Also ehrlich nicht Ich könnte jetzt vom Gefühl her Moritz Zerhelfen, aber ich habe mir erst am Ende gesehen Also Ich weiß auch nicht, wo Marvin liegt Ich auch nicht Äh, wo lag jetzt Zeugen? Überhalb von Lower Engine Überhalb von Lower Engine Was machen wir? Ich will Andi Nein, Alter Oh Gott, du lost i Warum votest du mich, Alter? Warum votest du mich, wenn du Andi gewartet? Wenn der 0-Sass war am Anfang Alter, Jungs, das war ja richtig lost Ich war ja nicht mal da, stimmt Stimmt, bei Edmund, bei dem ersten Kill war ich ja nicht mal da. Stimmt, stimmt. Au Moritz. Ja, ich wollte Faber wählen, aber immer wenn zwei Stück übrig waren, habe ich bisher Faber gewählt. Ich wollte es jetzt nicht nochmal machen. Ich habe mich wirklich weggefühlt. Schon allein weggetragen. Können Sie mal festhalten, dass ich von Anfang an gewusst habe, dass Fabian der Impostor ist? Yeah! Ja! Schon wieder an. James? Ganz lustig. Hä? Ganz lustig. Ganz lustiger, James. Ich weiß genau, auf was du anspielst. Oh ja, Andy ist Impostor. Dieser Emergency Button. Ich tu den immer aus wie ein Drücken am Anfang. Also ich weiß wen ich nicht töten werde, nehme ich mich selbst. Da ist was? Get me. Hi Andy. Warum? Fabian tot in Cafeteria. Was? Warum? Ich war gerade mit dem Scan. Ey, warum gehst du nicht so Reaktor? Da beim Eingang Richtung Edmund. Weil ich gerade mit dem Scan war. Ah ja. Richtung Edmund. Ich war electrical und wollte gerade Richtung Reaktor. Habte Flo auch dort gesehen. Ja, ich habe gesehen wie du reingelaufen bist, als ich raus bin Richtung Reaktor. Also ich habe Cardswipe gemacht und bin dann Upper Engine und dann Reaktor und James stand in der Cafeteria während ich hochgegangen bin. Cardswipe. Also du warst ziemlich nah bei der Leiche. Halt, warte, warte. Warte, warte. Wo? Ja, ich bin wieder in Cafeteria und da standest du. Wann? Nach Reaktor? Nein. Hä? Das ergibt aber wenig Sinn. Hä? James, du drehst mir gerade die Wörter im Mund um. Ich habe nichts von Reaktor gesagt. Du hast dir nichts richtiges gesagt. Hä? Du warst schon Reaktor hast du gesagt. Junge, ich habe gesagt, ich war beim Cars in Cafeteria und da standest du und da wurde Fabian gefunden von dir? Ähm, nein, nein, nein. Aber ich habe dich, ich habe, ich habe Scannen gemacht. Ich habe den Scannen gemacht. Dann bin ich zu Upper Engine, habe dich dort gesehen und dann bin ich wieder zurück in Cafeteria. Dann kam Reaktor und ich bin runtergelaufen und da lag Fabian. Das, was man sagt, stimmt nicht. Ganz am Anfang. Ich habe dich nämlich in Cafeteria gesehen. Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn Marvin Scannen gemacht hat. Du, das war ja nicht so lange. Kann man da zwei Scans so, ohne dass ihr euch überhaupt seht? Ich habe mich ganz am Anfang gescannen. Ich weiß nicht, ob zwei Leute... Okay. Ja doch, zwei Leute können Scannen haben. Das geht schon. Aber ich meinte jetzt, dass von der Zeit her... Ich habe nicht gescannen. Hundertprozentig schmeißt mich raus, aber es ist Moritz. Hä? Was? Oh. Flo, was hast du gewartet? Ich habe, glaube ich, geskippt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe... Wow, es ist geskippt. Es ist geskippt. Es gibt die Bab-Bab. Ein Communications ist gedingst. Ach, das ist ja richtig schwer, diese Frequenz zu finden. Nein, 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 nein. Guck mal, dass das keinen stört. Hey, soink. Ach, warum stand denn der auch da draußen? Was macht er denn für Sachen? Ja, eigentlich muss ich jetzt noch Marvin finden und den abschlachten. Oh, da ist Moritz. Okay, Moritz. Okay, Moritz. Okay, Moritz. Da, Moritz. Da, Moritz. Hä? Oh, okay. Wen hast du schon gefunden? Äh, ich habe James gefunden. Okay, weil ich habe Moritz gerade eben noch gesehen. In Lower Engine. Ich habe dann schon mittlerweile ein Mad Bay. Dann müsste James ja logischerweise ein älterer Kill sein. Ja. Okay. Warte, wo war er, Janis? Äh, auf der rechten Seite. Okay. Und wo bin ich auf der rechten Seite? Ähm, unten. Also, so, zwischen Shields und Coms. Andi, wo wolltest du gerade hinlaufen? Aufgaben machen. Nein, sag, wo du hinlaufen, wollte ich als nächstes. Ich wollte als nächstes Navigation, dieses Ding da ausrichten. Also, diesen Kreuz, dieses X da. Wo wolltest du langlaufen? Oben lang. Capitaria. Marvin, du hast gesagt, du hast Moritz als letztes gesehen. Ja. Wo bist du denn dann hin? In Lower Engine. In Lower Engine. Mad Bay. Und Moritz? Ich muss nämlich noch meine Farm-Bild inspekten. Und Moritz, wohin? Ich weiß nicht, der hat Download gemacht oder sowas. Oder Upload. Oder war das... In Lower Engine. Ja, irgendwas war da. Oder es war, äh, Divert Powertool. Weiß ich ja nicht. Ich hab's ja nicht gemacht. Shield. Ja, danke für nix, Alter. Ist halt so unnötig. Was soll ich denn wissen, was Moritz für Tasks hat? Was weiß ich? Ich war safe, Andi. Ja. Junge, Andi war so fast. Ihr habt gefragt, was er gemacht hat. Er so, ja, ich wollt Aufgaben machen. Ja, ich hab's auch, Alter. Sollst du dir da halt von der alten Weltgeschichte und dann so... Aufgaben? Ja, gut, aber Flo reportet halt auch Leiche und sagt halt ewig gar nichts. Also... Ernst, war schon gefunden? Unten. Ich hab's gesagt, rechts. Ich hab's gesagt, auf der rechten Seite. Ja, auf der rechten Seite. Das ist so funny, wie wir uns als Gegenteil nicht zerschnetzeln. Der Imposter hat jetzt eigentlich kaum noch Arbeit, ohne Scheiß.